Wenn Ihr Handy unterwegs schlapp macht und weder Steckdose noch Ladegerät sind zur Hand, dann hilft Ihnen dieser clevere Schlüsselanhänger über den Energieengpass hinweg. Das ultraleichte und winzig kleine Ladegerät lässt sich prima in der Hosentasche verstauen oder per Anhänger an Ihrem Schlüsselbund befestigen. Den benötigten Strom bezieht der kleine Retter über eine einzige MIG-NON-Batterie Typ AA. Neben Handyladeadaptern für Motorola, Nokia, Samsung und Sony Ericsson Geräte erhalten Sie auch noch ein Ladekabel für USB-Anschlüsse. Stecken Sie den passenden Adapter für Ihr Handy einfach in das Ladegerät und schließen Sie Ihr Mobiltelefon an. Schon wird es mit Energie versorgt. Das Handy- und USB-Ladegerät ist Ihr mobiler Retter in der Not. Eine Investition, die Sie nicht bereuen werden.